Mein Gott, ich bin gestern an Verkehrskontrolle gekommen. Da war dieser Wachtmeister, solche oberarme Grübchen im Kinn. Und dann bäucht er sich zu mir runter in meinen Korsak und sagt mit dieser männlichen Stimme, ich verfolge sie schon seit einer halben Stunde. Ich sage, Herr Wachtmeister, die Antwort ist trotzdem nein. Sie sind soeben mit 60 durch eine geschlossene Ortschaft gefahren. Nein, nicht ihr Alter. KMH. Ich sage KMH, um Gottes Willen, was soll denn das heißen? Küss mich, Häschen. Oder kraulbeine Hüften. Nein, Stundenkilometer. Sie sind soeben 60 Kilometer in der Stunde gefahren. Ich sage, das kann auch nicht sein. Ich bin gerade erst vor 20 Minuten losgefahren und alles.